Seitdem ich Medel kenne, komischerweise trifft man dann auch immer wieder mehr Leute, die eben dann doch eine Beeinträchtigung hatten. Und dann spricht man darüber und sagt, schaut euch das an. Ja, es gibt mögliche, dass man helfen kann. Hallo, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Das ist die Podcast-Reihe Hörgespräche Sinnvolles aus dem Leben, bei der sich, wie gesagt, alles um das Thema Hören dreht. Und wir haben heute wieder einen sehr interessanten Gast eingeladen, auf den wir uns schon sehr, sehr lange freuen. Endlich hat sie zugesagt. Ich freue mich sehr, dass sie heute im Hörgesprächsstudio dabei ist, Prinzessin Marie von Uzzur-Lichtenstein. Danke sehr. Ihre Durchlaucht, sollte ich eigentlich sagen, oder? Ist das korrekt, die Ansprache? Es ist korrekt, die Ansprache. Also in Lichtenstein spricht man mich mit ihrer Durchlaucht an. In Österreich, nachdem es ja auch keinen Adeltitel mehr gibt, sind wir da ein bisschen entspannter. Und generell, also ich bin Marie Lichtenstein, bin ich auch ganz zufrieden. Aber wie ist denn das, wenn Sie einen Tisch reservieren oder so? Familiennamen gibt es ja da nicht wirklich, oder? Ja, also unter Marie Lichtenstein. Marie Lichtenstein. Auch im Reisepass steht das dann so drin? Was steht in meinem Reisepass? Ich glaube, nein, da steht Prinzessin Marie von Uzzur-Lichtenstein. Aber ich sage nie. Also ich würde, nein, das ist mir zu anstrengend. Dann kommen wir jetzt zurück, warum wir auch hier sind. Es geht um Hörgespräche. Was bedeutet Hören für Sie? Das ist eine gute Frage, weil ich habe immer gedacht, als Kind oder auch als Jugendliche, ich höre das Gras wachsen. Also ich höre extrem gut. Und das ist natürlich für jemanden, der vielleicht Probleme beim Hören hat, schwer verständlich, dass das manchmal auch ein bisschen anstrengend ist, wenn man extrem viel hört. Und das ist, ja, ich bin froh, natürlich gut hören zu können. Das ist etwas Großartiges. Aber manchmal denke ich mir auch, ein bisschen weniger hören wäre auch nicht schlecht. Wobei die Kinder hören eh nicht immer alles, was man sagt. Die nie. Der Mann und die Kinder nie. Der Mann. Aber man sollte ja ab einem gewissen Alter sich einmal im Jahr durchchecken lassen, auch die Ohren sich anschauen lassen. Ist das etwas, was Sie machen? Muss ich gestehen. Nein, ich war nur einmal in diesem großartigen Hörzentrum in Innsbruck. Und da gibt es ja diesen Raum, wo man einen Kopfhörer aufgesetzt bekommt und eine Straßenszene sieht. und dann genau vorgespielt bekommt, wie wenig jemand hört, der 90 Prozent beeinträchtigt ist, 80 und dann geht es immer wieder runter. Und das war schon sehr beeindruckend, weil man sich das gar nicht vorstellen kann, wie das ist, nicht hören zu können. Aber zu Ihrer Frage zurückzukommen, ich muss gestehen, ich war glaube ich noch nie beim Ohrenarzt. Außer es ist was. Ja, aber ich glaube nicht mehr. Aber Sie haben ja das Gras wachsen. Ist das immer noch so, dass Sie es so gut hören? Ja, schon. Also ich kann jetzt Dinge sehr gut ausblenden. Also ich kann dann schon auch mich dann irgendwie, ich bin früher, ich bin wirklich sehr oft einfach in der Nacht aufgewacht, weil ich einfach alles gehört habe. Wir haben in New York gelebt und über uns hat jemand seinen Bäcker, der war immer um fünf Uhr in der Früh, ist dieser Bäcker losgegangen. Und ich habe diesen Bäcker jeden Tag gehört. Und das hat mich wahnsinnig gemacht. Und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, ich muss jetzt damit leben und habe einfach wirklich dann versucht, das gezielt auszublenden. Bei New York ist es ja immer diese Lautstärke. Ja. Man kann das kaum ausblenden. Ja, aber irgendwann gewöhnt, irgendwann schaltet das Hirn dann auf Durchzug, habe ich das Gefühl. Wie entspannen Sie denn? Muss es da ganz leise sein oder muss da eine gewisse Musik laufen, damit sich die Ohren entspannen, wie die Tischer, alles aufnehmen? Ja, ich habe natürlich ein sehr angenehmes Leben. Ich bin sehr viel am Land und da ist es per se etwas ruhiger. Und dadurch bin ich jetzt auch nicht mehr so dem Lärm ausgesetzt. Aber wie entspannen Sie? Gute Frage. Ich lege mich aufs Sofa und tue mal nicht. Oder mir ein Buch lesen. Ich würde gar nicht sagen Musik hören, nein, ein Buch lesen, am Sofa legen. Das tut auch schon gut. Ihr Schwiegervater, Fürst Hans Adam II. von uns zu Lichtenstein, ist auf einem Ort taub. Ja. Es ist Thema bei euch in der Familie. Wie ist es dazu gekommen? Also das war, da war mein Mann, würde ich sagen, 16, 17. Also die Kinder waren noch recht jung. Und mein Schwiegervater war begeisterter Taucher, war auch Tauchlehrer und war nach Weihnachten tauchen in Walensee, das ist in der Nähe von Lichtenstein in der Schweiz. Und hatte da einen Tauchunfall. Und hat seitdem, ist das eine Ohr komplett beeinträchtigt. Also er hört nichts mehr auf dem Ohr. Ich glaube, er hat eine Zeit lang, hat er immer ein konstantes Geräusch gehört. Man hat ein Tinnitus. Wie ein Tinnitus, ja, sowas. Das weiß ich jetzt nicht, ob er sich an den gewöhnt hat oder ob der weg ist. Also das kann er jetzt nicht mehr, also das hört er nicht mehr. Aber auf dem anderen Ohr hört er ganz normal. Ganz gut. Und leider war das zu einer Zeit, wo diese Versorgung noch nicht so, also noch gar nicht stattgefunden hat. Ja, ich weiß jetzt nicht, in welchem Jahr das war. Naja, weil es in den 70er Jahren gewesen sein, gab es gar nichts. Also in der Art und Weise, ich glaube, man hat einfach hauptsächlich in diese Dekompressionskammer gelegt. Ich glaube, das war das Einzige, was man getan hat. Aber mit dem Ohr. Er hatte wahnsinnige, ich weiß noch nicht, was man mag, es hat wahnsinnige Gleichgewichtsstörungen. Und das war am Anfang, was man dann auch da geholfen hat. Aber sonst, in Bezug auf das Hören, glaube ich, wurde nicht wahnsinnig viel gemacht. Medell ist ja bei euch im Gartenpalais seit 2014 untergebracht. Wäre diese Kooperation schon vorher gewesen, glauben Sie, hätten Sie da familiär ein bisschen einen Einfluss haben können, dass man vielleicht doch ihn mit einem Cochleimplantat versorgen hätte können? Ja, interessant. Ja, wahrscheinlich schon, weil er ist eigentlich auch jemand, der sehr offen für Innovationen ist und sehr offen für diese Dinge. Und ich glaube, wenn er jünger gewesen wäre, hätte er das sicher gemacht. Er ist natürlich jetzt in einem Alter, wo ihn das jetzt auch nicht mehr so belastet. Ich glaube, er hat sich total damit arrangiert und das belastet ihn jetzt eigentlich gar nichts oder wenig. Ist auch kein Thema mehr. Nein, also es ist ja ein Thema, wer sitzt auf der schlechten Seite oder auf der guten Seite. Wer macht den wahrscheinlich, oder? Das Haus Lichtenstein, habe ich schon gesagt, ist eben der Vermieter von Medell in Gartenpalais. Seit 2014 sind Sie im Haus. Kannten Sie die Firma und die Idee, das Wunder-Cochlea-Implantat eigentlich vorher schon? Nein, eben gar nicht, weil das für mich eben auch so etwas komplett Neues ist. Mein Vater war schwerhörig, aber hat ein ganz normales Hörgerät gehabt, weil er einfach altersbedingt schwerhörig war. Und sonst mein Schwiegervater. Also ich habe auch nicht so wahnsinnig viele Anknüpfungspunkte gehabt, dass es mir jetzt so wahnsinnig bewusst gewesen wäre. Und das war natürlich toll, wie die Firma Medell zu uns ins Palais, weil das ist eigentlich im Gartenpalais der einzige Mieter. Und wir sind sehr froh, dass sie Mieter bei uns sind. Und ich weiß, mein Mann war dann eben in Innsbruck, auch im Headquarter. Und dann natürlich, wie gesagt, waren wir mit den Kindern dann auch in dem Ausstellungsbereich in Innsbruck. Und so haben wir uns dann angefangen, mit Medell zu beschäftigen. Und ich muss sagen, ich habe eine Cousine, deren Tochter ist schwerhörig, und der habe ich das dann natürlich empfohlen. Also seitdem ich Medell kenne, komischerweise trifft man dann auch immer wieder mehr Leute, die eben dann doch eine Beeinträchtigung hatten. Und dann spricht man darüber und sagt, schaut euch das an. Ja, es gibt Möglichkeiten. Dass man helfen kann. Und auch bei älteren Menschen ist es so, dass es ja Vorbeugung zur Demenz ist, weil wenn man nichts mehr hört auf beiden oder komplett taub ist, dann ist es ja auch, dass man in die Isolation geht. Ja, und das ist wahnsinnig traurig. Also das habe ich auch nur bei meinem Vater gesehen, der schwerhörig war. Und auch in den letzten Jahren einfach dann nicht. Und dann wird man einfach, die werden so traurig, diese Menschen. Weil sie dann einfach so viel allein sind. Und wir sind sechs Mädchen und bei uns war es immer irrsinnig laut. Und er hat seine Töchter, glaube ich, wirklich wahnsinnig gerne gehabt und hat irrsinnig gerne uns zugehört. Und das war dann schon traurig, die letzten Jahre zu sehen. Wir haben dann halt auch wenig Rücksicht genommen. Wir sehen uns selten. Und dann ist alle ein lautes Organ und es ist einfach extrem laut zu Hause. Und er ist dann halt gesessen und hat es genossen, dass wir da sind und hat uns eingeschaut, aber so viel mitbekommen hat er dann nicht. Und das ist dann eigentlich sehr traurig. Deshalb die Isolation und deshalb auch diesen Podcast, damit wir einfach aufmerksam machen, was es alles gibt an Möglichkeiten und dass dann niemand alleine sein muss. Also es gab schon sehr viele Veranstaltungen bei euch im Haus, habe ich mir sagen lassen, seit 2014. Der österreichische HNO-Kongress war schon da. Es gab sehr viele Veranstaltungen. Ihr habt auch eine ganz bestimmte Kooperation mit Medell schon gemacht. Ich sage jetzt nur Stichwort Moldawien und Albanien. Vielleicht können Sie uns da ein bisschen was darüber erzählen. Also Medell ist natürlich an uns herangetreten und hat gefragt, ob wir das unterstützen wollen. Und das haben wir natürlich gerne gemacht. Weil es ist natürlich, wir sind in einer unglaublich privilegierten Situation hier in Österreich. Man hat einfach wahnsinnig, relativ einfach Zugang zur guten medizinischen Versorgung. Und dann eben auch mit Medell einfach eine großartige Firma, die wirklich vielen Menschen helfen kann. Und wenn man dann sieht, eben in Moldawien, Jugendliche und Kinder, die es generell schon schwer haben im Leben, dann auch noch einmal ein Handicap draufgegeben, war das natürlich schon etwas Tolles, das unterstützen zu können. Also die Liechtenstein Foundation hat Cochlea-Implantate einsetzen lassen? Mit Hilfe von Medell? Also Medell hat das ins Leben gerufen und die haben das gerne. So ist das. Genau, es kamen auch einige Ärzte mit aus Österreich, wie der Professor Gstötter vom AKH, die das auch dort eingesetzt haben. Und ich glaube, sie haben auch unterrichtet. Ich glaube, sie wurden dann auch Ärzte dort unterrichtet. Und damit die weiter begleitet werden können und mittlerweile schon Erwachsene sind und sich dessen erfreuen und wirklich wieder hören können. Und das war eine sehr gute Geschichte. Wie gesagt, die Liechtenstein Foundation war das und das war zwischen 2014 und 2008. Ja, ich glaube, ja, in dem Zeitraum. Gleich. Gleich. Als Medell eingezogen. Eingezogen und so und. Und dann kam es gleich zu dieser guten Kooperation. Wirklich sehr, sehr schön. Sie sind nach vielen Stationen, wir haben schon gehört, in New York, waren Sie zu Hause, sind Sie wieder zurück nach Wien gekommen, viele Stationen durchgemacht. Sie haben die fürstliche Weinkellerei übernommen. Ja, also... Also ich kümmere mich ums Marketing. Ich bin sozusagen das Gesicht der Familie, die das Weingut repräsentiert. Das kam auch eher durch Zufall, weil ich natürlich aus dem Marketing- und PR-Bereich komme. Ich habe in Amerika auch in dem Bereich gearbeitet. Und mein Mann hat dann angefangen, damals für die Stiftung Fürst Lichtenstein, jetzt für die Lichtenstein-Gruppe, wir sind ja jetzt eine AG, zu arbeiten und hat mich dann gefragt, ob ich mich ein bisschen ums Weingut kümmern könnte, weil das war da so ein bisschen im Tornröschen-Schlaf. Und das ist aus einem kleinen Projekt etwas Schönes entstanden und es macht extrem viel Spaß und ich habe viel gelernt und ich habe dazwischen dann auch eine Sommelier-Ausbildung gemacht. Und das ist alles gut. Ja, das ist ein bisschen auch irgendwie ein Kant und Fuß hat. Dass man weiß, wovon man redet. Da weiß auch, wovon man redet. Das Weingut ist in der Nähe von Mistelbach? Ja, also das ist ja, die Familie Lichtenstein kommt ja ursprünglich aus Österreich. Also die hat ihre Wurzeln hier in Niederösterreich, eigentlich südlich von Wien und dann über die Jahre ist man dann in den Norden und dann auch in die heutige Tschechei. Das waren eigentlich die größeren Besitztümer und dort wurde 1436 kam das Weingut in die Familie. Also das ist schon, würde ich sagen, einer der ältesten Betriebe in der fürstlichen Familie. Ja. 2019 kam auch die Kooperation mit dem Weinexperten Stefan Zschäpe zustande, weil es eine Vorgeschichte bei euch zwei gibt, glaube ich, oder? Aber ich bin nicht da richtig. Ja, das ist ja. Der Stefan und ich sind beide in Graz aufgewachsen und sind ungefähr gleich alt. Er war auch im Sagrikal. Also wir kennen uns seit Jugendtagen und das war eigentlich wirklich durch Zufall, weil der Stefan hat in Amerika auch gearbeitet, war auch lange in Amerika und war dann bei Estahasi und wollte sich auch irgendwie weiterentwickeln und hat sich beworben. Ich habe gar nicht gewusst, dass er sich bewirbt und dann kam es zum ersten Gespräch und dann kam eben der Stefan und ich bin sehr froh, weil es ist irrsinnig angenehm, mit jemandem zusammenzuarbeiten, den man gut kennt. Den man gut kennt? Ja, absolut. Und da ist eine gute Basis und mittlerweile ist das Weingut, sind wir alle, sind der Stefan und ich eigentlich fast die Ältesten im Weingut. Und das ist halt ein sehr junger Betrieb und sehr dynamisch und das ist ganz spannend und lustig. Also wenn man sich das anschaut, für alle, die jetzt nicht in Wien wohnen, dass im 9. Bezirk sei zentral eben das Stadtpalais und das Gartenpalais und dann gibt es auch das Zentrum Hören, wo eben, wenn man mit den Cochleaimplantaten etwas braucht oder Probleme hat, dass man eben dort in dieses Zentrum Hören vorbeischaut. Das ist alles auf diesem Areal, wunderschöner Garten, der noch dazwischen ist und eben auch im Sommer eine ganz bestimmte Veranstaltungsreihe. Ja, die Sommer Rhapsody. Die Sommer Rhapsody ist ein kleines, ja, es ist ein Projekt, ein Herzensprojekt, das entstanden ist, ein bisschen aus der Not und die Winothek befindet sich, wie Sie gesagt haben, eben im Areal des Gartenpalais und hat einen wunderschönen Platz. Es ist ein alter Ginkgo-Baum und da kann man wunderbar drunter sitzen und wir haben diese Winothek im Frühjahr 2020 neu gestaltet und renoviert und aufgebaut und dann war so die Frage, was machen wir? Und ich sagte, ja, wir machen eine kleine Bühne und dann laden wir einen Künstler ein und dann soll er Lieder singen. Ach so, ein einfalliges Üben. Ja, ich weiß nicht. Ich habe mit meinem Mann immer gesessen und haben Ideen gesprochen. Dann hat mein Mann gesagt, nein, wir machen es ordentlich und dann machen wir eine Reihe und verschiedene Künstler und so kam das eine zum anderen und 2020 war eben das erste Jahr und wir haben versucht, wir haben das Glück, dass die liebe Mena Schäuber mit uns gemeinsam das veranstaltet und sie ist unsere Intendantin und die Melanie Hirsch von der Lichtenstein-Event ist ein gutes Team und wir haben gesagt, wir wollen nicht nur in eine Richtung gehen, also wir versuchen, verschiedene Genres anzusprechen, dass wir einfach, ja, ein interessantes Potpourri an Veranstaltungen bieten können, zwischen Mitte Juli bis Mitte August. Also Musical-Cabaret, Erwin Steinhauer, Adi Hirscherl, Fritz Kahl mit Elena Ullig, seiner Frau, Adeline Neuhauser wird es auch sein, Volloran Schäuber, Maya Hackford, also Musical wird auch bedient, bis hin zu Jamiro Choir Reloaded. Ja, das ist, also ich bin großer Jamiro Choir-Fan und ja, ich bin mein Mann und das war, und das, ja, und das war, die kommen Gott sei Dank auch, also wir versuchen wirklich, also von Soul-Funk über klassische Musik, Cabaret, einfach wirklich ein interessantes, Hörerlebnis, das ist wieder bei den Hörgesprächen, ein Hörerlebnis für jeden zu schaffen. Tickets gibt's? Tickets gibt's auf der Webseite sommerrapsodie.at, aber man kann auch über die Lichtenstein-Gruppe einsteigen oder über die hofkellerei.at, da sind verschiedene Anknüpfungspunkte, aber es heißt die Sommerrapsodie und die sind für mich wirklich ein ein wunderbarer Moment, den Sommer zu genießen, weil ich habe eigentlich den Sommer in Wien sehr gerne, das ist wirklich, der Sommer in Wien kann einiges und wenn es dann so ganz heiß ist und dann sitzt man da unter dem Ginkgo-Baum und trinkt ein Glas Wein und das ist, man kommt einmal am Anfang an und es trinkt sich, ist das alles irgendwie heiß anstrengend und dann kommt man da und dann, das ist ein Moment, wo man gut entspannen kann. Das finde ich auch, ja. Und es ist hier so wie eine Insel der Seligen. Es ist, viele Kinder nach der Schule gehen in den Park, es ist so ein Highlight des Bezirks, also das muss man schon sagen, wunderschön umgebaut. Das hat ja auch einige Zeit gedauert und viel Geld verschlungen, wie ich mir vorstellen kann und jetzt ist es wirklich ein Juwel für den Bezirk, eine große Bereicherung. Ja, meine Kinder haben auch immer im Lichtenstein, also am Spielplatz gespielt und wir haben in der Nähe gewohnt und es ist ein toller Platz. Finde ich auch, ja. Also es ist wirklich jetzt auch im Sommer wichtig, dass man auch herschaut und nicht nur am Spielplatz geht, sondern vielleicht am Abend auch mal sich diese spezielle Sommer Rhapsody Reihe anschaut. Also wie gesagt, Termine, alles online. Ihr habt auch eine tolle Homepage, muss man auch sagen, da kann man auch in die Räumlichkeiten hineinschauen, weil Führungen gibt es ja nicht in der Art und Weise. Nein, Führungen gibt es, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, alle zwei Wochen Freitag gibt es eine Möglichkeit an öffentlichen Führungen teilzunehmen. Da sind die Plätze sehr begrenzt, da muss man schnell sein. Man kann das relativ gut vorbuchen, also man muss ein bisschen planen, man muss ein bisschen in Zukunft schauen und sonst haben wir eine tolle Reihe gestartet, das war letztes Jahr März im Museum und das ist eben Gartenpalais, öffnen wir die Türen den ganzen Monat März und da gibt es dann immer eine Sonderausstellung. Heuer waren die Bronzen. Genau, die Statuen. Die Statuen und das ist auch immer ganz ein toller Moment, das Gartenpalais zu besuchen. Heuer war es auch in den Medien, Hollywood hat angeklopft, die HBO-Serie, die ja da bei euch gedreht wurde. Niemand hat gewusst genau wie und was und wann. Aber dann hat sich herausgestellt, dass das im Herkules-Saal war. Stimmt das? Es war im Herkules-Saal, also es war das Büro, also es war die Kate Winslet ist eine, ich habe es nie, Herrscherin oder so, der Trailer ist zwar viral jetzt, aber sie ist Staatsoberhaupt eines Staates. Ja, ich weiß auch nicht von wem. Ja, und das Hauptbüro war eben im Herkules-Saal und die waren aber im Stadtballais, haben sie auch gedreht. Ah, okay. Und es war ganz spannend, da reinzugehen und das zu sehen, weil ich habe vor 30 Jahren beim Axel Korthy mitgeholfen, beim Radetzky-Marsch. Und das war schon eine Riesenproduktion, aber wenn man das jetzt vergleicht mit dem HBO-Saal hier, ist das alles ein bisschen klein und lächig. Der ganze Park oder dieser Vorplatz vor dem Gartenballais waren ja voll mit LKW und Rugs, oder? Unglaublich. Erzählen Sie doch mal kurz für Leute, die nicht wissen, wie das damals sich abgespielt hat. Es war, also ich habe im Gartenballais, das habe ich nicht gesehen, ich war nur ein Stadtballais und das Stadtballais war komplett, es war einfach alles verkabelt, es sind, der eine Raum war mit verschiedenen Stationen, wo Bildschirme, da sind verschiedene Regisseure, Kameramänner, ich weiß nicht, gesessen und hat, jeder hat einen eigenen Bildschirm gehabt, der große Saal, das ist dieser wunderschöne Saal im Stadtballais, dieser goldene Saal, da hing ein riesengroßer Ballon, der hat das alles beleuchtet und dann Kameras, es war natürlich auch schwierig für das ganze Team, weil sie durften natürlich nicht die Wände berühren und nichts befestigen an den verschiedenen Statuen und was auch immer, also es waren dann unglaubliche Konstruktionen aufgebaut, es war sehr interessant, ich bin schon sehr gespannt. The Regime heißt es mit Kate in der Hauptrolle seine HBO-Serie, gut, aber das weiß man im Vorhinein, dass man dann Wänden, die so viel Geschichte in sich büren, dass man da nichts festschrauben darf oder angeben oder mit Gaffer packt. Sie waren unglaublich vorsichtig und ganz tolle Meter und es hat wirklich Spaß gemacht, mit denen zu arbeiten und gut, ich war zehn Minuten also es war dann Aber man ist dann schon neugierig, oder? Natürlich, total, ja. Ich habe auch kurz, die Kate Winstert ist mir die Stiege entgegen gekommen und ich habe sie, nein, und es ist so blöd, weil sie war so verkleidet, ich habe sie nicht erkannt. Und Hugh Grant war ja auch tagengeblich, oder? Ich glaube leider nicht. Bei den Szenen nicht? Nicht, nein, aber ich glaube, er ist in London, also ich habe nicht gehört, dass er da war. Es haben einige unserer Mitarbeiter lustigerweise mitgespielt und ja, irrsinnig nett aus der Wienothek, Mitarbeiter aus der Wienothek und ein Mitarbeiter war immer neben der Kate Winslet und hat sie ganz toll gefunden und hat gesagt, sie ist super sympathisch und ganz schön, und es war wirklich nett und er war ganz aufgeregt. Also dann freuen wir uns auf die Serie. Wie muss man sich das vorstellen? Da rufen die Location Scouts an und sagen, dürfen wir uns den Saal anschauen? Ja, aber wir haben ja, das ist ja unser Hauptgeschäft, die, oder für die zwei Palais diese Räume zu vermieten für Veranstaltungen, Hochzeiten, hauptsächlich Hochzeiten, aber auch Firmen-Events und dann kam eben dieser Anruf für den Location Scout. Ja, war das das erste Mal, dass Dreharbeiten in diesem Rahmen bei euch stattgefunden haben? Nein, ich denke nicht, also ich glaube, nein, nein, weil mein Schwiegervater, es wurde der Sissi-Film, wurde auch, denn wir waren jetzt gerade zu Ostern, haben wir das gerade gesprochen und da war eben, mein Schwiegervater hat gesagt, es wurde, glaube ich, ein Teil des Sissi-Films auch im Stadtballet gedreht, wenn ich mich, also vielleicht sage ich jetzt das ganz was Falsches, Fernsehen, aber da hat, also das hat mein Schwiegervater eben gesagt, dass das eben damals der Heinz Marischka-Film dort gedreht. Das wusste ich nicht. Ja. Okay. Und dass er, glaube ich, aber auch die Rumi Schneider gesehen hat oder Dings, also war schon damals große Aufregung über das. Und heute ist es Kate Winslet, oder? Ja. Zwei schöne Grauen. Auf alle Fälle, ja. Da freuen wir uns drauf. Was sind so die nächsten Projekte, die ihr plant? Die nächsten Projekte? Ja, gut, wir haben jetzt also die Sommer-Rhapsodie ist jetzt im Kommen, im Kommen, also das ist jetzt unser Hauptaugenmerk und mit dem Wein sind wir natürlich immer wieder auch beschäftigt und jetzt versuchen wir jetzt neue, also wir sind jetzt das erste Mal wirklich wie in Amerika, der Stefan war in Los Angeles und in New York und wir sind in einem unglaublich tollen Haubenlokal in New York jetzt auch vertreten und jetzt versuchen wir halt neue Märkte zu erschließen und alte einfach auch durch die letzten Jahre, die manchmal vielleicht nicht so wahnsinnig einfach waren, wieder neu zu erschließen und wieder... Das klingt nach viel Arbeit. Ja, aber es macht auch Spaß. Ja, es ist schon... Ja, es macht Spaß. Irgendwelche neuen Projekte, die jetzt anstehen, die man schon verkünden kann, abgesehen jetzt vom Wein, gibt es irgendeine Veranstaltung, irgendwas noch was, was Sie an dieser Stelle verraten könnten? Wissen Sie mehr wie... Ich kriege das doch nicht... Das ist ein Spitz. Nein, also es ist eigentlich... Also für mich ist jetzt nur... Also wir sind ja in der Arbeit eben mit der Sommerhapsodie und dann haben wir eben dann eben das nächste Jahr wieder im März das Museum und sonst... Nein, also... Nein, auch wer... Das Interessante ist, wenn man euch googelt, Man erfährt nicht viel im Internet, wo ja so viel drinnen steht und dass sich ja alles merkt, aber ihr schafft es wirklich, euch dezent im Hintergrund zu halten. Ja. Ihr seid eine der bedeutendsten Adelsfamilien Europas, wenn nicht die, eine der einflussreichsten und man weiß sehr wenig über euch. Wie schafft man das? Macht ihr das absichtlich? Ist das auch von der Familie immer so auch gewünscht worden? Wie, wie... Ja, das ist schon, muss ich schon sagen, das ist schon... Sehr kleinbar, muss ich sagen. Dank meiner Schwiegereltern, die einfach sehr normal sind. Ja, also das ist einfach... Ja, wer... Wir gehen unserem täglichen Geschäft nach, jeder macht seine Arbeit und es gibt nichts, auf das man sich was einbilden sollte, Karte muss. Aber weder Privatschätze noch große Yachten, Bodyguards, also dass man so mitbekommt, was bei anderen... Das ist das Schöne, wir können ganz normal... Ich habe auch... Ich gehe in den Supermarkt, nach unserem Gespräch, muss ich auch sagen, in den Supermarkt gehen, essen, einkaufen für meine Kinder und koche. Also nein, und das ist ja auch etwas sehr Schönes, weil wir einfach ein sehr... Und vor allem für meine Kinder etwas ganz Tolles, so aufwachsen zu können. Also ich sehe ja andere, die es weit weniger lustig haben. Die haben natürlich... Hat das auch seine Vorteile. Und das hat natürlich alles eine Kehrseite. Aber für uns ist das... ist das das größte Privileg und der Luxus. Ich finde das sehr clever gemacht und auch gut. Blöd für uns Journalisten, die viel recherchieren wollen. Also es gibt nicht sehr viele Interviews und nicht so viel zum Nachschauen. Und ich finde das gut, dass die Kinder so beschützt auch aufwachsen können. Ja, wir können ganz normal aufwachsen. Das ist auch schön. Wobei die Medien in Österreich jetzt eh nicht vergleichbar sind wie die in England zum Beispiel. Und wir sind natürlich... Ja, wir sind wahrscheinlich dann auch eben total uninteressant in einer gewissen Art und Weise. Weil wir eben total normal, unspannend sind. Ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch. Danke, dass Sie Zeit hatten. Danke sehr. Es hat mir echt Spaß gemacht. Mal ein anderes Gespräch. Ja, im Vergangenen. Wir haben wieder dazugelernt, Ihre durchlaucht. Rundzessin Marie von uns zu Lichtenstein. Wir freuen uns auf viele Projekte. Bitte schauen Sie sich die Homepage an des Palais Lichtensteins, Stadtpalais, Gartenpalais, vor allem die Middel-Homepage, auch dort, wie wir da vertreten sind. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Alles Gute. Bitte versprechen Sie mir, dass Sie sich die Ohren ein bisschen anschauen lassen. Regelmäßigen Abstand. Jedenfalls. Und danke Ihnen, auch für Sie. Schauen Sie sich, klicken Sie mal durch durch die Podcast-Reihe Hörgespräche. Vielleicht finden Sie ja das eine oder andere Gespräch noch, das Sie auch zusätzlich anhören können. Vielen Dank an dieser Stelle. Auf Wiederhören. Bis bald. Zum Schluss. Persönliches über das Hören. Gibt es einen Hörmoment, der Sie besonders berührt? Ja. Mein Vater hat wahnsinnig gerne R vom Bach gehört und ist letztes Jahr gestorben. Und ich habe dieses Lied auch so wahnsinnig gerne. Und jetzt, wenn ich das höre, ich habe es jetzt irgendwann einmal gehört, muss ich wahnsinnig weinen. Welche Botschaft haben Sie an unsere Zuseher? Ja, ich habe jetzt gelernt, man muss sich wirklich die Ohren anschauen lassen. Und genießen Sie den Moment, etwas zu hören und mit Menschen zusammen zu sein. Wäre Ihr Leben ohne Gehör anders verlaufen? Ich denke schon, weil ich glaube, dass ich einfach wahnsinnig gerne kommuniziere mit Menschen und ihnen gerne zuhören. Ich bin einfach wirklich gerne unter Leuten. Und ich glaube, ich würde wahnsinnig vereinsamen, wenn ich nicht hören könnte. Wenn ich nicht hören könnte.